So, liebste Damen, Herren und weitere Verfolger dieses Let's Play Projektes. Eigentlich ist die Tony-Woche ja noch gar nicht ganz vorbei, denn der Idiot hat mal wieder was vergessen. Und zwar sollte er eigentlich eine Viertelstunde noch dranhängen. Also eine Stunde und eine halbe wäre viel zu wenig, es muss eine Stunde 45 sein. Das große Problem ist jetzt allerdings, das kann ich euch auch mal ganz schnell vorführen, dass die letzten paar Folgen habe ich ja beim René aufgenommen und ich hatte eigentlich auch noch was geplant für die heutige Folge. Ich habe mir meine Folgen alle angeguckt und hier gerendert und gesehen, hm, da und da sind Ressourcen, du hast ein bisschen was kaputt gemacht. Guck, äh, versuch doch mal die Ressourcen zusammenzusammeln und das Inventar für den lieben Philipp wieder neu zu gestalten. Das Ding ist allerdings leider, dass diese Welt, die ich noch habe, absolut nicht die aktuellste ist. Deswegen können wir hier gar nichts machen, deswegen läuft auch im Hintergrund gar keine Playlist, weil einfach nichts funktionieren wird. Denn die Welt hier ist nicht aktuell, die Welt hier ist nicht so, äh, wie sie, ist nicht die neueste Version, es ist nicht die, in der ich gestorben bin. Hier ist unser Inventar noch in seiner jämmerlichen Vollständigkeit, bevor wir sogar ins Nether gegangen sind. Noch vor der René und der Philipp Woche ist das alles hier noch kein Lagerhaus, niente. Also, das wollte ich euch nochmal ganz kurz mitteilen, dass es deshalb jetzt keine weitere Folge geben wird. Ihr könnt doch hier gerne mal ein bisschen spicken. Hier gibt es keine weitere Minecraft-Let's-Play-Welt haben wir. Hier die, äh, Let's-Show-Welt von Gronkh. Hier, das ist die, uh, ist Top Secret, das ist nämlich die, die Welt von, vom Community-Server. Ja. Das ist irgendeine Test-Welt. Das ist meine allererste Welt. Und das sind die beiden, äh, Welten vom, äh, vom Server. Also, die sind schon was älter auch alle, aber das sind halt die aktuellste, mit, die, die Version, die ich noch habe, von der Let's-Show-Welt. So, damit schließen wir dieses Video dann aber auch mal ganz schnell ab. Ich sage, haut rein und checkt beim Philipp aus, was der so zu tun hat. Tschüss.